So und damit herzlich Willkommen zurück zu Epic Battle Fantasy und wir werden heute zum Papst, in dem wir die erste Teil aufrüsten. Ist aber auch alles richtig, ne? Ja, gut. Ähm, ich kann leider momentan gegen diese, äh, wir brauchen zu lange zum Codieren, blablabla, nichts gegen tun. Weil, ähm, Muschi. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, irgendwie will das hier funktionieren. Kein Plan. Ich weiß nur, dass ich zum Götzen finde, dass wir gegen einen Domain Drachen verlieren. Ähm, ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja. Ich weiß nur, äh, dass wir zu schwach sind. Wir sind, wir sind simpel. Zu schwach. Wir sind einfach zu schwach. Ehrlich. Das sag ich ganz ohne, ohne, ohne Bedenken. Wir sind zu schwach. Und, ähm, ich weiß nicht, wie wir das, äh, ändern wollen. Leveln? Ich weiß nicht, ob ich den Drachen nach oben ankommen kann. Ich habe keine Ahnung. Und ich muss mal eben, ja, okay, ein bisschen. Eine Sekunde wieder, dann muss ich wieder ein bisschen tricksen. Mal bearbeiten. Äh, passiert mir öfters mal, weil ich halt mit zwei Programmen gleichzeitig arbeite. Und ich finde den Hotkey nicht. Ja, ich hab mal einen Hotkey gehabt für beides gleichzeitig aufnehmen. Aber, das funktioniert nicht bei Open Broadcaster. Weil Open Broadcaster ein bisschen was braucht, bis das checkt, was er machen soll. Ich weiß auch, warum er jetzt so lange so ein Kodieren braucht, weil ich jetzt das Bild größer habe. Darum. Ähm, aber, äh, die 30 PS bleiben ja. Und diese Sachen ganz kurz, einmal, das... Wenn das einmal von der Folge ganz kurz passiert, ist es ja, glaub ich, glaub ich weniger so schlimm für euch. Mehr für mich. Weil, ähm, naja. Ja, ich finde das halt eislich und ich möchte sowas nicht haben, eigentlich. Ich bin immer noch in der reichen Aufnahme, außerdem. Wer fragt? Und ja. Dam, 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 dam. Jo. Ach, komm, Alter, eure Runden dauern immer so 10 Millionen Jahre. Ich möchte meinen Level Up haben. Ich hab ewig kein Level Up gehabt, merke ich jetzt. So, was kommt jetzt auf und zu? Oh, ein bisschen was, ne? Ein bisschen, ne? Also nicht viel, aber ein bisschen. Ich will was wissen. Meine Idee war gerade, zu sagen, hey, kann ich meinen Heal eigentlich auch auf Gegner setzen? Geht das? Nein. Schade. Oh. 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 Nuke incoming. Mach sie fertig. Bam. Oh. 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 Oh, zwei Leute brand. Das geht aber. Oh. Oh. Und den hat noch fünf Minuten unser Lebens gebraucht, aber wir haben ordentlich an Kohle gemacht. Und damit erspült wieder, oh man ey. ich habe es kein scherz ich weiß es ich habe eine idee wir speichern jetzt geronimo mein name ist der name ist weil du bist eine verdammte eisschwäche mein freund aber diese eisschwäche bitte nichts bringen weil wir direkt auf was drei runden geht der kampf heil hallo da war jetzt zum beispiel so eine kodierungssache wieder warum blitz resistent resistent eis was noch wasser viel spaß damit wieso sind die harten immer gegen wasser resistent ja kennen wir schon um ehrlich zu sein bin ich nicht gerade von begeistert manche unserer boss gegner als beschwörungen wieder zu haben aber ich bin davon begeistert weil das schon echt cool ist ich verstehe das passiert nur wenn wir dennoch nicht hatten die fähigkeit ja mann wo auch die haus junge was die haus junge wir haben keine sp mehr geil okay der drache was du hast so viele schalen gemacht das ist wird jetzt echt hart man es wird ein paar ja gut ich habe ein bisschen muss ein bisschen mein rechen ist einfach zu hart heute ich bin mir einfach zu warm gibt gas was diese attacke noch schwächer wäre hätte sie mich geheilt ganz ehrlich wow gibt gas ja hier seid doch alle gegen instant death geschützte es gab auch mal schutzengel so richter meinung das mit dem gift ist außerdem eine sehr klasse sache kein schert das macht richtig fun damit ich hab's verkackt na hab ich's nicht bullshit ausweglösung nummer eins der hat gift drauf nach stufe 8 gift das würde sie instant zerreißen das will ich dir heim zahlen ja wenn ich dir gift gas heilen ja sorry dass es jetzt so lange dauert ehrlich das ist aber nicht so grad easy ne seht ihr ne limit break ja limit break das könnt ihr mit ein paar kills machen drei runden wie viel drachen sollen auch kommen ich bin das so geil mit dem gift gas zumal ich glaube der drache ist tot das ist die gegner diese beiden halt immer über diese kleinen gegner die total wo du denkst die sind eigentlich perfekt gesetzt ähm diese machen dass du dich in ruhe heilen kannst du mal ganz kurz durchatmen kannst äh den überlegen wenn du wenn du jetzt gleich zwei stück von drei oder drei strachen hast wie geh ich dran vor wie mach ich das und kein scherz ich habe gerade keine ahnung wie ich das machen soll ich weiß nur dass jetzt zweiter die der braunen die der kack drachen kommen oh gosh pf 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 Spielt mit Damir! Spielt mit Damir! Ich setz jetzt keine Nuklear ein Also wenn, dann könnt ihr mich für dumm halten Hallo! OBS Won't you have one auf die Fresse? Will you have one auf die Fresse? So war das KIA Ja, KIA kannst du wirklich sagen, Alter WTF Ähm, hol mal jemand Nathalie wieder? Die ist grad so... Kannst du das zurückbilden? Seine Anwesenheit ist gut für die Kampfmoral Weil... TÜTÜTÜT! Sorry Äh, öfter die Tür, schmeißt Euch auf die Flasche, äh Fläche Und tanzt den Dino tanzt! Was? Was hat das mit dem Tod von Lens grad zu tun? Ich habe keine Ahnung Anscheinend Lens! Digga! Stell mal wieder auf! Wir könnten dich an der Front sehr gut gebrauchen Nur so ein bisschen So dezent Danke Oh! Oh, gosh! Ja geil! 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 Und da waren sind wir noch zu 1 Ähm, häli? Scheiße, was laber ich denn da? Ähm... Haie? Aber wenn du umkippst... Alter! Wo wär's? Dann werd ich sauer bei! Dann ruhe auf! Nein! Wieso brüllt jemand ein? Das ist das... Es geht aber! Eigentlich haben wir noch... Sechs Minuten Zeit, aber... Es geht! Ich muss da gleich irgendwann etwas gegen tun, Mann! Das geht gar nicht, Mann! Heilen! Tunen! Boah, Alter, du brauchst zu lange zu probieren, Alter! Ich hole ja gleich welche zu probieren draußen! Jo... Wow! Ähm... Natalie darf nicht drauf gehen! Ähm... Sorry! Sorry! Lens hält einiges aus, also... Boah, danke, dass ihr beide eure dummen Angriffe verschwendet habt! Ich danke euch! Ich danke euch mit allem, was ich hab! Wir sind in der Folge so lastig von, ähm... Ich brauche zu lange zum probieren! Oh ja! Ich danke euch! Beide! Bufft euch nur! Bufft euch nur! Bufft euch in Ruhe! Macht das in Ruhe! Entschleunigt euch! Ihr habt gleich Schadensprozent! Prozent! Entlaubt ihr nicht! Ja? Ja? Mach weiter! Mach weiter! Komm! Zeig mir, was du hast! Ich geh voll bei ab! Hier! Mana für uns alle! Hey! Drake! Hier! Was? Egal! Oh! Ach, der lebt auch noch! Das sah aus wie tot! Das sah aus wie tot! Oh! Machen wir drück mal! Machen wir drück mal! Und da waren es noch zwei! Oh! Netz! Jetzt! Keine Zeit zum Schlafen! Auch wenn du Möpels hast! Das geht nicht mehr! Jetzt ist nicht die Zeit dafür! Nicht so toll! Nicht so stark! Alter, du mit deinem dummen Gift! Mit deinem Schlafen! Ja! Leute, das wird noch ein bisschen länger und dieses Überspringer PS ist scheiße. Das erinnert mich an das erste Mal, als ich gestorben bin, aber diesmal habe ich überlebt, um mich zu rächen. Wow, das war ein Angriff, den hast du noch nie erlebt. Oh, gosh. Die Acht steht nur für, dass es acht Rücken hält. Schön, dass ihr euch beide so dumm gibt und euch nur buffen tut, weil damit kippt ihr da eine um. Oder um nicht. Ähm, ich hatte hier gerade irgendwas gehabt, ne Idee. Ähm. Aber welcher hatte ich denn noch mal, ich hatte auch gerade, also, ein Kampf, komm, das ist, der Gegner ist, oah, ich will diesen Kampf beenden, man, ich will diesen Gegner nicht mehr sehen, die sind gottlich, die sind hässlich, die sind scheiße. Und die weichen alles aus an mir. Allein nur deswegen raste ich schon fast hier aus, Alter. Dank für den Gerotto. Das sieht schon viel besser aus. Out. Ein Rücken. Gut. War er nicht so toll? Danke für diese scheiß Entzauberung. Der bafft sich doch eh gleich wieder. Haben wir es nicht gesagt. Komm, treff nochmal. Danke. Bam, badam, dadam, dadam. Mächtige Blitzattacke. Was? Wow, die war mächtig. Headshot. Okay, bei dem Kopf. WTF? Okay, der Drache hat viele Punkte. Leider gibt es den Drache nur einmal auf dieser März. Also, er respawn nicht. Was will ich damit sagen? Dann hat der Pickbett Defensive keine Rückmeldung mehr. Und wir sind hier. Und hier speichere ich und beende die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis dann, haut da rein und Cheerio! S 이얶en Untertitelung des ZDF, 2020